Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial. Heute will ich mal auf eine relativ unscheinbare Funktion in Blender eingehen, wo erfahrungsgemäß viele nicht wissen, was sie damit anstellen sollen, nämlich diese Delta Transform, die wir hier haben. Und zwar ist die, wenn ich ein Objekt auswähle, dann hier bei den Object Properties. Dann haben wir hier Delta Transform. Und wenn ich jetzt hier das bewege, dann passiert anscheinend, ich mache das mal, das selbe wie wenn ich hier bewege. Also was ist dann der Unterschied? Und das ist ein Tool, was in der Animation verwendet wird. Und das möchte ich mal kurz demonstrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Cube habe und Keyframe setze für die Location. Und dann gehe ich in der Timeline etwas weiter, mit Frame 100 und setze das mal hier runter. Und bewege jetzt diesen Würfel und setze wieder ein Keyframe für die Location. Und jetzt haben wir jetzt diese Animation. Und wenn ich jetzt diesen Würfel duplizieren will und zur Seite schiebe und die Animation abspiele, dann haben wir das Problem, dass das jetzt nicht geht, weil die beiden sich die Animationsdaten teilen. Und manchmal will man das auch, will aber, dass die trotzdem einen Unterschied, einen Offset haben. Und das geht hier mit diesen Einstellungen nicht, weil da ist ja ein Keyframe gesetzt. Die springt dann immer wieder zurück. Und dafür ist dann diese Delta Transform geeignet. So, wenn ich das hier einstelle, habe ich jetzt einen dauerhaften Offset. Ich kann das sogar für die Rotation und Skalierung nehmen. Und kann das sogar animieren. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und ein Keyframe setzen mit I. So, dass es diesen Abstand und soll dann am Ende einen größeren Abstand haben. Und dann noch ein bisschen auf der Z-Achse nach oben ein Keyframe setzen mit I. Und schon haben wir das animiert. Ja, dafür ist die Delta Transform da. Das soll es für dieses Video gewesen sein und bis zum nächsten Mal.